Hallo, hier ist Mandy. Manchmal stößt man im Alltag auf Probleme, die man auf den ersten Blick nicht lösen kann. So gelangt im folgenden Beispiel ein Handwerker auch an seine Grenzen. Sein Kunde hätte an seinem Haus gern eine Holzterrasse, der eine besondere Form hat. Als Untergrund muss der Handwerker Kies ausstreuen. Er weiß aber nicht, wie viel Kies er bestellen soll, weil er den Flächeninhalt der geplanten Terrasse nicht bestimmen kann. Es gibt darüber hinaus viele andere Fälle, in denen man einen Flächeninhalt nicht exakt mit Hilfe bestimmter Integrale berechnen kann. So kann es sein, dass der Integrant keine geschlossen darstellbare Stammfunktion besitzt oder dessen Stammfunktion schwer zu bestimmen ist. Ein solcher Fall wäre zum Beispiel auch vorhanden, wenn der Graph, der eine Fläche einschließt, nicht durch eine Funktionsgleichung gegeben ist, sondern nur mit Messwerten oder Zeichnungen gearbeitet werden kann. In der Mathematik gibt es dazu verschiedene Verfahren, mit denen man den Inhalt dieser Fläche näherungsweise bestimmen kann. Man nennt sie numerische Integrationsverfahren. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com So